Das ist einfach so, der Altmeister schlechthin, eine der großen, großen Figuren in der deutschen Rallycross-Szene. Platz Nummer 1 für Hans Kirchhoff. Hans, du wirst doch wohl nicht Nina duschen wollen. Also sag mal. Und Jannik auch noch. Oh, ihr solltet euch mal schämen. Und auch noch die Flasche in den Rast. Jannik! Jannik, das gilt ihm nicht. Jannik!